Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Video-Tutorial zum USM RC2 Soundmodul von Bayer. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die verschiedenen Funktionen des Soundmoduls mit Nautic- oder Multiswitch-Modulen steuern kann. Zuerst möchte ich euch zeigen, wie man unser NMS-Modul in einen Robbe FC16-Sender einbaut. Das NMS16R passt genau in den Robbe-Sender rein. Es kann oben links oder oben rechts eingebaut werden. Zuerst schließe ich das Servo-Patch-Kabel an. Dabei muss man darauf achten, dass man es richtig rum reinsteckt. Ich schließe das NMS-Modul am Kanal 7 an. Dann muss ich noch das schwarze Sync-Kabel einstecken. Wenn man zwei NMS-Module einbaut, muss man das Sync-Signal an beiden NMS-Modulen anschließen. Dazu kann man dann ein Kabel von einem zum anderen verbinden. Das Modul ist jetzt fertig angeschlossen und wir können die Fernsteuerung einschalten und mal testen. Wenn alles richtig angeschlossen ist, dann sollte jetzt die rote LED gleichmäßig blinken. Als nächstes müssen wir dann den Empfänger-Kanal, an dem das NMS-Modul angeschlossen ist, mit dem Sound-Modul verbinden. Das ist jetzt ja in unserem Fall der Kanal 7 und den verbinde ich jetzt mit dem Prop-Kanal 3 vom Sound-Modul. Es wird kein zusätzlicher Decoder benötigt, weil das Sound-Modul die Aufgabe des Decoders übernimmt. Jetzt müssen wir das Nautic noch aktivieren im Sound-Teacher. Dazu starte ich den Sound-Teacher. Gehe dann auf Konfiguration, Nautic 1. Und setze dann einen Haken bei Nautic 1 auf Prop 3 aktivieren. Dann wähle ich noch unter Typ aus, welches Multi-Switch-Modul wir verwenden. Das ist jetzt das NMS-16R. Dann öffne ich erstmal ein paar Sounds, dass wir auch was den Schaltern zuordnen können. Die öffne ich direkt von der CD. Die Sounds liegen im Ordner USM-RC2-Sounds. Dann gehe ich auf irgendeinen Projekt-Ordner und suche mir einfach mal 4 Sounds raus. Dann habe ich den Zusatz-Sounds 3 bis 6 Sounds zugewiesen. Und die können wir dann wiederum irgendwelchen Schaltern zuweisen. Ich nehme jetzt mal die ersten beiden Schalter. In dem neuen Funktions-Auswahl-Menü habt ihr auch einen guten Überblick, was es alles für Funktionen gibt. Hinter unseren Zusatz-Sounds 3 bis 6 ist jetzt auch beschrieben, welcher Sound da genau sich drin befindet in dem Soundslot. Jetzt habe ich die vier Zusatz-Sounds zugewiesen. Jetzt will ich noch ein paar Ausgänge zuweisen. Dazu müssen wir die Ausgänge erstmal konfigurieren. Den ersten Ausgang konfiguriere ich als statisch. Den zweiten mache ich mal blinkend. Lasse es ein bisschen langsamer blinken. Dann den dritten Ausgang. Da nehme ich mal einen Blinker links. Den vierten nehme ich einen Blinker rechts. Auf den fünften Ausgang lege ich mal das Nebelschlusslicht. Und auf den sechsten Ausgang lege ich mal ein Abblendlicht. Dann gehe ich wieder auf Nautic 1 und weise jetzt den Schaltern wieder Funktionen zu. Einmal den Ausgang 1, den haben wir ja als statisch definiert. Dann den Ausgang 2, den haben wir als blinkend definiert. Dann haben wir noch Blinker links. Und Blinker rechts. Dann mache ich noch Warnblinker. Da blinken ja beide Blinker. Noch Abblendlicht. Die Ausgänge 7 bis 10 lege ich dann auch noch als statisch fest. Dann belege ich noch die restlichen Schalter mit den Ausgängen 7 bis 10. Dann habe ich immer noch einen Schalter übrig. Da lege ich dann noch die Lautstärkeregelung drauf. Anschließend schalte ich dann noch bei den ganzen Ausgängen die Memory-Funktion ein. Dann mache ich noch beim Abblendlicht den Xenon-Einschalteffekt an, damit sich das Abblendlicht von den normalen als statisch definierten Ausgängen unterscheidet. Dann ist alles erledigt und jetzt können wir das Projekt auf der SD-Karte speichern. Dann gehe ich wieder zu unserem Aufbau. Ich habe jetzt noch einen Lautsprecher angeschlossen und eine kleine Platine mit Leuchtdioden, um die Ausgänge zu testen. Dann schalte ich die Fernsteuerung ein und danach das Soundmodul. Jetzt kann man schön sehen, wie die blaue Leuchtdiode am Soundmodul gleichmäßig blinkt. Jetzt können wir unser Nautic-Modul testen. Jetzt können wir das Fernsteuerung ein und dann können wir das Fernsteuerung ein. Okay. Als nächstes möchte ich das EMS16 in den ROPE Sender einbauen. Der Unterschied zum NMS ist, dass ihr hier kein Sync-Signal braucht. Ihr könnt es also in jeden beliebigen Sender einbauen. Das Servo-Patchkabel verbinde ich wieder mit einem freien Kanal, in dem Fall wieder mit dem Kanal 7. Damit ist das EMS-Modul schon eingebaut und wir können die Fernsteuerung wieder einschalten, um es zu testen. Die rote LED auf dem Modul muss wieder gleichmäßig blinken. Wird ein Schalter betätigt, leuchtet die rote LED so lange dauerhaft, bis der betätigte Schalter fertig übertragen ist. Bei den EMS-Modulen kann immer nur ein Schalter gleichzeitig betätigt werden. Dann müssen wir nur noch im Soundteacher in der Konfiguration bei Nautic 1 den Typ EMS16R wählen. Dann können wir das EMS noch am Soundmodul testen. Die blaue Leuchtdiode blinkt hier nicht ständig wie beim NMS, sondern nur wenn Daten empfangen werden. Umso höher die Schalternummer ist, desto länger braucht die Übertragung. Wenn man einen Taster gedrückt hält, bleibt die blaue Leuchtdiode so lange an, wie man den Taster hält. Als nächstes möchte ich euch noch zeigen, wie man das EMS-Modul auch in einen Sender einbauen kann, der keinen freien Gebersteckplatz hat. Ich verwende jetzt eine Spectrum DX5 und will das EMS-Modul am linken Kreuzknüppel anschließen. Da die DX5 Probleme hat mit der schnellen Datenübertragung, muss ich ein EMS-Modul eine Brücke mit Lötzchen überbrücken, um die langsame Übertragung auszuwählen. Diesmal verwende ich das EMS24, das 12-Schalter besitzt. Das senkrechte Potti vom linken Kreuzknüppel habe ich steckbar gemacht, damit ich wahlweise das EMS-Modul oder die senkrechte Bewegung des Kreuzknüppels verwenden kann. Das EMS sollte sich an jeden Kreuzknüppel, Schieberegler oder Drehgeber anschließen lassen. Beim Anschluss müsst ihr unbedingt auf die richtige Polarität achten. Wenn ihr das EMS-Modul verpolt, wird es zerstört. Daher immer vorher am besten mit dem Multimeter prüfen. Am EMS-Modul ist das orange Kabel Plus, das rote Kabel Signal und das braune Kabel Minus. Dann ist das EMS-Modul im Sender fertig angeschlossen und wir müssen jetzt noch den Empfänger mit dem Sound-Modul verbinden. Ich habe jetzt am Soundteacher den Nautic-Typ auf EMS24G geändert und habe den passenden Empfängerkanal schon mal mit dem Sound-Modul verbunden. Das EMS-Modul habe ich außerdem in ein Kunststoffgehäuse eingebaut. Gerade bei den höheren Tastern sieht man jetzt, dass die Übertragung etwas langsamer ist als vorher bei der Robbefernsteuerung. Das seht ihr auch daran, dass die blaue Leuchtdiode langsamer blinkt. Zum Abschluss möchte ich euch noch zeigen, wie ihr die EMS-Module auch ohne ein Sound-Modul dekodieren könnt. Dazu zeige ich euch kurz unser MSD16. Das MSD16 kann sowohl die NMS als auch die EMS-Module dekodieren. Es besitzt 16 Schaltausgänge und zwei Servoausgänge. Die Schalter können paarweise als Memory oder statisch konfiguriert werden. Auch die Servoausgänge lassen sich ganz individuell konfigurieren. Die Geschwindigkeit der Servos kann über die beiden Trimmer eingestellt werden. Es lässt sich außerdem festlegen, ob die Servos automatisch in Grundstellung gefahren werden oder in ihrer Position stehen bleiben, wenn keine Funktion mehr ausgewählt ist. Damit bin ich am Ende vom sechsten Video-Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!